Dann sagt der Lehrerin, ich kann nicht einschlafen. Er sagt die Lehrerin, ja wieso nicht? Bei meiner Mama darf ich meinen Finger in den Bauchnobel stecken. Ja passt. Nach fünf Minuten sagt die Lehrerin, du magst, das ist aber nicht mein Bauchnobel. Und dann magst du ja auch nicht meine Finger. Schuhgabel! 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 Tschüss, da geht der Bub. Der Tiefer gibt ihm den Vorderen 50 Euro und sagt, der Tiefer geh einkaufen. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr. Ja, wie geht der Vizepa? Wie geht der russische Schwangerschaftstest? Wissen wir nicht. Wir stecken sie ja keine Runden rein und schauen, ob sie anbissen ist. Ja, Fahrer hier. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! designed冬 Das wird der Big Kings Island. Ja, was ist das? Hat es mir ein Witz, Schache? Nein, ich hab keinen Witz. Nein, ich hab keinen Witz. Hannes! Hannes, Hannes! Denken zwei Jäger voll zu gehen in Bord, gell? Geht der andere vorbei, der erste Jäger. Haltet einen Baum auf die Seite. Geht der andere, geht rein. Und macht einen Schnulz ins Gesicht, gell? Ja, das weiß ich schon. Ja, das weiß ich schon. Fakt's kaputt. Dazu ein Romsauer-Witz. Hannes! 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 Fahren zwar eine Blondine mit dem Aufzug rauf, gell? Nein, Blondine, komm! Nein, 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 nein! Hannes, hier zu den anderen. Da sind zwei Garten. Und in einer Garten steht ein Rosenmacher, und in einer steht ein Schafi. Und die Schafi sind ja die morgen Garten unterwegs. Nein, hör mal zu! Und gräst halt so, und schreit halt so, und auf einmal schreit der Rosenmacher um mich. Heute grunsch, du hast mir nichts dazu, was ich zu tun habe. Hanna? Nein? Ob ihr noch einen Witz wisst von Hannes? Hannes! 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 Hannes!